Guck mal her, auf! Willkommen liebe Fußball-Freunde im alt-erwägigen Stadion an der Kielmeerde in Asenborn! Zubene für die Spielerinnen und Freude neben den SV Asenborn Enkel! Schön, dass Sie alle da sind und mit Ihrem Besuch in die gute Sache unterfügt sind! Unter dem Motor mit Leidenschaft gutes Zuhl spielen wir heute Abend zu uns von Mehlender Hilf und die Tafel in Asenborn! Freuen wir uns auf einen tollen Fußballabend und eine hoffentlich hohe Sprengerbücher! Ich stelle mit Pizza! Oh, Spielball! Kommt man aber jetzt schon bitten, sich einer aus Kielers stark anzumachen! Wir haben gerade hier vorne bei dem Motor mit dem Tafel geblattet, damit die Lage bereitsteht, wenn's dann losgeht! Wir begrüßen natürlich auch die Mitarbeiter der Presse! Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Arbeiten und hoffen, dass es nicht viel gut ist, auf einem Befizidien der Lagerwelle, die in den SV Asenborn Enkel zu gewinnen! Wir begrüßen liebe Beste bei uns in den Alkoholern, den Landtag, Kaisersortan, Landgesetzmeister, die Bürgermeisterin der Verfassungsgemeinschaften, der NWK Alkohol, in den Rumpf von Siegungs-Reisdorf-Kaisersortan, die sehr gemütlich den Hauptbürgermeister von der NK, Alkohol Jürgen Wetzel! Und wir freuen uns über den Besuch des Schweresführers und noch einmal Jürgen Helfer! Schön, dass Sie alle da sind! Herzlich Willkommen in Alkohol! Ja, es ist das Elbste von zwei Spielen in dieser Saison und im Hotel in Alkohol zum 167. Mal für den guten Spiele im Einsatz! Die Spieler, die heute jetzt eingekommen, haben zusammen 498 Länderspiele gespielt! Und unsere heutige Torei, einmal Länderspiele, wird angefangen, von Guilio Rubal, mit 81 und 20er Regeln, mit 80 Länderspiele eingesetzt! Zu uns spielten unsere Aufklärung, 20 und 20, ein Tor, 10 Spiele, 7-7, ein Torverhältnis, und von 100 Länderspiele zu 19! Für 15 war die 18 zu 2 in Kropa! Unsere Vorlieben, der Ansehnte kommt, man gefährt in 13, Arne Chaka mit 12, und Marco Reich mit 10 Treffern! Marco kann euch alle doch aufholen, denn er steht in die Parade! Im Schritt haben, für den bisherigen Wettbewerb 515 Zuschauer, auch auf das hoffen wir heute Abend, und der Gesamtanwendung seit 1999! In der 3,7 Millionen Euro wurden bisher für die Juni der Wettbewerb eingestellt! Und es ist gut, dass Sie sieben, ausgerichtenden Heilen und die Länderspiele von Noto einer Pfalz! Marco! Marco! Und es ist ja immer noch so, wenn die Leute herkommen, die wohlfeiliger Wurm aus dem Westwald haben uns schon rechtlich eingeheizt, und dann gab es ein Schnupfer-Drehen mit mit Garen in Oslo und ein Tier-Drehen mit mit Garen in Oslo und ... Und die werden er das zu geben! Eheerhaftig! Und ich freu die Kabe alles! Und ich freu den Parade! Einmal gestorren auf Böchtnest jemand zum Oberarm! Dankeschön! So, und dann hat man wieder die Mannschaftsaufstellung des SV Albuhr und Frenz angereicht. So, und dann hat man wieder die Mannschaftsaufstellung des SV Albuhr und Frenz angereicht. So, und dann hat man wieder die Mannschaftsaufstellung des SV Albuhr und Frenz angereicht. So, und dann hat man wieder die Mannschaftsaufstellung des SV Albuhr und Frenz angereicht. So, und dann hat man wieder die Mannschaftsaufstellung des SV Albuhr und Frenz angereicht. So, und dann hat man wieder die Mannschaftsaufstellung des SV Albuhr und Frenz angereicht. So, und dann hat man wieder die Mannschaftsaufstellung des SV Albuhr und Frenz angereicht. So, und dann hat man wieder die Mannschaftsaufstellung des SV Albuhr und Frenz angereicht. So, und dann hat man wieder die Mannschaftsaufstellung des SV Albuhr und Frenz angereicht. So, und dann hat man wieder die Mannschaftsaufstellung des SV Albuhr und Frenz angereicht. So, und dann hat man wieder die Mannschaftsaufstellung des SV Albuhr und Frenz angereicht. Und heute Abend in Asenborn, im Trikot der Lüttel, mit der 15, Ibeck Schuster. Mit der 16 kommt der Organisator hier vom Spielzeitentwickler, unser Tommi Hiel. Mit der 16, Oliver Schäfer. Mit der 23 freuen wir uns auf Jeno, Jeno, Uvald. Und die 23 hat heute Marco Reisch. Ganzverständlich freuen wir uns auch auf unsere Trainer, Hans-Peter Biel. Und er hat eine Stärkung heute mit dem Trainer, mit seinem hohen Trainer, Harry Koch. Und er hat eine Stärkung, die haben die Spiele nicht angesagt. Und dann begrüßen wir das treue Team der Lache, Marco Reisch und Hermann Jure Kampfer. Unsere Lieblingsruhe, Darmik Ackermann. Und unseren guten Tag, Mika Reisch. Ich habe es kurz überlegt, aber es ist zu schnell. Ich bin klar, ich kenne es nicht. Ich bin der, 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 ich bin der. Hey, ich bin der, ich bin der, ich bin der, ich bin der, ich bin der. Jetzt bin ich der. Ach, nein. Vielen Dank. Das ist cool, der Ari. Ari Broch. Da ist er. Da ist er. Oh, 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 oh. Jetzt auf die Bank zu. Das ist doch Harry. Ich hätte die Schichte. Ja. Ein bisschen Schnau. Das ist eine schöne Lippe. Das ist eine schöne Lippe. Ja. Dann veränder es auch noch. Der hat jetzt auch aufgehört. Gut. Ich bin der Ball. Ich weiß schon. Ich war in der Zeit verletzt. Da hat er mit dem 3-1 mit der Hirtensolle. Der hat so klein. Ach, der hat sich schon erzählt. Ja. 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 Mhm. Ja. Ja, ja. Ja.